Wir mussten jetzt aber in der Vergangenheit schmerzvoll erfahren, dass die Worte, die gesagt worden sind, nicht immer so eingehalten worden sind, wenn wir uns daran an die roten Linien erinnern, die im Ukraine-Krieg stets überschritten worden sind. Herr Kujat, ich möchte mit Ihnen, ich hatte es in der Intro schon gesagt, die sieben Mythen des Ukraine-Krieges mal heute etwas genauer unter die Lupe nehmen. Mit den sieben Mythen meine ich die sieben Kernaussagen, die sieben Narrative, die sich immer wiederholen. Und wir fangen mal gleich mit der ersten Kernaussage an. Das ist der unprovozierte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist etwas, was immer wieder gesagt wird. Es wird immer wieder vom unprovozierten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gesprochen. Außenministerin Baerbock bezeichnete den Krieg Russlands gegen die Ukraine damals als Urverbrechen. Aber von russischer Seite wird immer wieder betont, dass der Krieg im Grunde genommen unvermeidbar gewesen ist. Und ja, es wird auch immer wieder betont, dass das, was damals am 24. Februar geschehen ist, im Grunde genommen die Ultima Ratio gewesen sein, gewesen ist. Deswegen meine Frage an Sie. Zum einen, wie sehen Sie diese Aussage dieses unprovozierten Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine? Und zum anderen, wie sehen Sie dieses russische Narrativ, dass das damals die Ultima Ratio gewesen ist? Also, das ist jetzt immer ein bisschen blöd, wenn ich jetzt vor Harald Kujat antworte. Natürlich hat Harald Kujat davon weit mehr Ahnung als ich, aber ich versuche es trotzdem mal mit einer Antwort. Beide Narrative sind falsch. War dieser Krieg nicht unvermeidbar? Russland hätte die Möglichkeit gehabt, auf Verhandlungen, auf friedliche Kooperationen zu setzen. Trotzdem war dieser Krieg auch nicht unprovoziert. Also, beide Narrative haben halt relativ wenig mit der Realität zu tun. Die NATO hat beispielsweise einen Putsch 2014 in der Ukraine unterstützt, der die Grundlage für den dann einheitenden Bürgerkrieg und letztlich auch für die Feindschaft zu Russland gegeben hat. Also, das sind ja schon Dinge, die man sehen muss, wenn man diesen Konflikt jetzt neutral bewerten will. Wenn dieser Krieg unter Völkerrechtsgesichtspunkten ein russischer Angriffskrieg ist, das ist außer Frage. Und das lässt sich auch sehr leicht anhand der UN-Charta belegen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus auch das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Das halte ich für unstrittig. Und darüber kann man auch gar nicht diskutieren. Auf der anderen Seite gibt es durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten, die sagen, der Krieg ist vom Westen provoziert worden. Ich würde einen anderen Ansatz wählen. Ein Krieg entsteht ja nicht, weil einer der Kriegführenden sagt, völlig überraschend, heute greifen wir mal das Land X an. Sondern ein Krieg entsteht aus einer bestimmten politischen Konstellation heraus und er führt zu einer neuen politischen Konstellation. Deshalb muss auch immer am Ende, das ist ja Klausewitz in Reinkultur sozusagen, muss immer neben den Kampfhandlungen auch, darf die Diplomatie nicht suspendiert werden, sondern sie muss versuchen, diesen Krieg zu beenden und zwar in einem Interessenausgleich zu beenden. Denn nur ein Krieg, der in einem Interessenausgleich beendet wird, mit Verhandlungen beendet wird, der hat auch Bestand für die Zukunft. Also dieser Krieg ist, sagte ich, ist aus politischen Gründen, hat seine politischen Ursachen. Und da muss man eben zurückgehen, einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie war denn das Verhältnis zwischen der NATO beispielsweise und Russland in den 90er Jahren. Es war ein sehr enges, frauensvolles Verhältnis. Es gab eine enge politische Abstimmung, es gab eine enge militärische Zusammenarbeit. Und dann entstand eine Entwicklung 2002 mit der einseitigen Kündigung des ABM-Vertrages durch die Vereinigten Staaten. Das war sozusagen der strategische Wendepunkt. Dann 2008 der Versuch durch Präsident Bush, eine Einladung an Georgien, an die Ukraine durchzusetzen auf dem Bukarester Gipfel. Der gescheitert ist, dieser Ansatz, aber wie das immer in solchen Fällen ist, wird aus Gründen der Gesichtswahrung dann etwas in das Kommuniqué aufgenommen. In diesem Fall also für diese beiden Staaten, das ist eine Perspektive der NATO-Mitgliedschaft erklärt. Das war der politische Wendepunkt. Und da gibt es also genügend Zeitzeugen, beispielsweise der damalige amerikanische Botschafter in Russland, heute Chef des CIA, William Burns, der damals gesagt hat, das wird Russland so nicht akzeptieren. Es wird eine harte Reaktion geben, auch gegenüber der Krim und Donbass. Er hat das im Grunde vorhergesehen und genauso entwickelte sich das dann ja auch. Also ich will die Antwort vereinfachen. Der Krieg war nicht unausweichlich. Er war von Russland, auch nach meinem Eindruck, nicht von vornherein so geplant. Sondern der Krieg hätte verhindert werden können, wenn man mit Russland verhandelt hätte, ernsthaft verhandelt hätte. Beispielsweise auf der Grundlage der beiden sogenannten Vertragsentwürfe an die Vereinigten Staaten und an die NATO, die Russland am 17. Dezember 2021 verschickt hat. Das ist nicht geschehen. Und insofern gibt es natürlich die eine Variante ist die, Russland hat mit seinem Einmarsch, mit seinem Angriff versucht, letztlich doch den Westen zu Verhandlungen zu zwingen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich favorisiere eher eine andere Variante. Nämlich die, dass Russland, nachdem diese Versuche, den Krieg durch Verhandlungen zu vermeiden, gescheitert waren, versucht hat, nach Kiew zu marschieren, die ukrainische Regierung abzusetzen und durch eine russlandfreundliche Regierung zu ersetzen. Dann wäre der Krieg auch beendet gewesen, nach wenigen Tagen. Aber das ist, das muss ich auch aus meiner Sicht zugeben, ist Spekulation. Jedenfalls eines kann man mit Sicherheit sagen. Es war mit Sicherheit nicht die Absicht Russlands, die Ukraine vollständig zu erobern ab dem 24. Februar. Denn der Einmarsch erfolgte mit etwa 190.000 russischen Soldaten. Und gegenüber stand eine Armee von mehr als 400.000 gut ausgebildeten und ausgerüsteten ukrainischen Soldaten. Also so dumm sind selbst die Russen nicht, dass sie glauben, damit sozusagen ein so großes Land wie die Ukraine erobern zu können. Ich glaube vielmehr, dass gerade diese Frage, wollen die Russland auch die NATO angreifen, will Russland die NATO angreifen oder die baltischen Staaten. Ich glaube eher, es geht den Russen darum, tatsächlich eine Pufferzone zu errichten zwischen sich und der NATO, um zu verhindern, dass es tatsächlich zu einer Entwicklung kommt, zu einer Krise, zu einer Eskalation, die nachher politisch nicht mehr kontrolliert werden kann. Mhm.